hallo meine freunde und heute mal etwas außerplanmäßiges von minecraft und zwar wenn wir heute mal ein nettes spiel spielen das nennt sich die bio sowas ähnlich wie agario oder slither io nur dass du da mit so ähnlichen panzerdingern umfährst dann werden wir jetzt auch dritten mal in serverjunk ich werde nun mal sagen ich bin nicht so gut in dem spiel somit der maustaste oder escape kann man schießen so da oben kommt auch schon jemand so dann machen wir jetzt mal der match was so auch mal über die dinger hier schnell zerstören können und da ist jemand der mir vielleicht haben und da ist jemand der mischt ich bin tot leute der anfang ist immer sehr schwer und da sollte man sich immer am besten zurückziehen deswegen werde ich jetzt wie gesagt auch erst mal was rückzug nehmen das problem ist ich habe schon mal sehr weit geschafft ich war schon mal bei highscore fand 44.000 und trotzdem bin ich dann noch gestorben also das spiel ist so aufgebaut dass du da echt gut drin sein musst oder sonst bist du schnell tot der davon will mich anscheinend umbringen verpisst dich verpisst dich verpisst dich verpisst dich dankeschön so der hat sich verpisst so und jetzt reloaden wir dann schießen wir nämlich schneller und jetzt sammeln wir jetzt mal ein bisschen unsere punkte somit wer ist die steuere ich und mit der maustaste lenke ich mit der maus lenke ich und schieße ich da oben ist schon wieder jemand doch den hole ich mir da ist derjenige der hier die ganze drum ball hat das ist noch so ein blaues ding das soll ich mir auch da ist schon wieder so ein riesen panzer jetzt verpisst dich alter ich schwöre es dir ich mach dir mehr damage als zu mir er hat jetzt natürlich den punkt bekommen ich bin aber auch schneller als der so jetzt werden wir hier den booster nehmen und der hat mich gefällt seht ihr leute ich habe dreht weil ich von beiden seiten genudelt wurde so jetzt habe ich zwar ordentlich der märkte jetzt haben wir uns den direkt und dann die punkte ein bisschen weil ich habe jetzt mein fahrzeug getunt ich habe den falschen genommen ich wollte eigentlich das ding nehmen was von beiden seiten schießt da oben ist noch was, was ich hole. Ich halte da voll keine Feuer drauf. So, den hier wollte ich nehmen, weil der schießt halt in beide Richtungen und der macht mir dann, falls ich genudelt werde, viel bessere Chancen und holt mir dann auch natürlich Punkte von hinten. Ja, ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen falsch an, aber so war das nicht gemeint. So, und jetzt schieß ich viel, viel schneller. Jetzt muss ich noch die Regeneration und Heils nehmen. So, und jetzt holen wir uns den hier. Die Leute haben Angst, wenn da so schnelle Kugeln auf die zukommen. Dafür hole ich mir halt immer so Damage, damit ich die Autos auch schnell zerstöre. Und jetzt gehen wir hier lang. Jetzt holen wir uns den hier. Ja, wahrscheinlich. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der ist einfach nicht reingebrettert und war trotzdem stärker. Dadurch kriegt man auch Schaden. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen weg. Kauf mir hier so ein paar. Ach, ich hasse das immer. Ich so, boah, da muss ich aufpassen, Leute. Ist recht vor den Leuten. Boah, ich hasse Leute, die einfach nur auf Spieler gehen, wahr? Es ist da drin, den Score zu sammeln. Von Spielern bekommst du kein Score. Au. Boah, Junge geben die Leute mir hier gerade auf die Eier. So, schon mal den jetzt hier. Jetzt hol ich mir ja das Ding hier, oder? Ja. Jetzt hol ich mir das Ding und den Reloader. Ich muss jetzt auch erstmal ein bisschen Regeneration bekommen. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ja, normalerweise ballert der die Dinger doch ab. Na gut, ich habe jetzt den Punkt. Ah! Meine Fresse, ey. Wie lange sind wir? Wir haben noch 10 Minuten Aufnahmezeit. Ey, dieses Server war... Da ist einer der Beste. Ist der, wo ihr ganz oben seht? Ich bin noch nicht mal ansatzweise in der Reihe. Ganz oben. Ah, ich habe den Fall schon gekauft. Geil. Beile dich doch. Kauf doch jetzt hier. Taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktakt das ist hier der pomra den 12.000 punkten wie gesagt die leute gehen eigentlich immer nur auf die spieler 12 war ich weiß ja so geil an einer richtig geilen stelle gespawnt die ist wirklich das ist wirklich eine gute stelle weil die alle relativ weit oben sind ja da ist der leiter vor dem gehe ich lieber weg dann hole ich mir hier so ein bisschen das ist schneller schießen dass ich dann auch mehr alle sammeln kann und vor dem spieler geben wort das mal weg ich will mir eigentlich am liebsten gar nichts mit zu tun haben vor dem braucht der hier braucht von mir eigentlich keine angst zu haben nur manche leute haben von mir angst jetzt hole ich mir hier den reloader würde ich schneller leben bekommen seht ihr was ich meine ich bekomme jetzt viel viel schneller leben nein 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 warum bewegt sich diese scheiß maus nicht ich habe zweimal geklickt du basta schaden 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 auf jeden fall schaden nein 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 der hat mich noch kein mal getroffen noch kein mal das soll zu bleiben na verpist dich ja so ich verstecke mich jetzt erstmal hier in dem getummel so reloaden alter ich kaufe mir gerade am anfang reloading und deswegen werde ich das jetzt so machen so mein hässlicher vater nicht wieder mach die tür zu ja dann schlag mich soll es rausgehen wenn ich aufnehmen hast du mir nicht zugehört du weißt schon dass das gerade das ganze internet hat du vollidiot ja mein vater ist nicht der netteste wenn er den müll raus haben will dann kann ich ihn selber raus bringen ich bin so nett und räume wenn die bude auf walter und zahl die miete und wenn das geld nach hause du kannst du das wirst du geht dauerne alter jetzt komm her du wirst du wirst du springst schon so ich hab den jetzt gekillt weil er mir auf die eier gegangen ist wir reloaden auch relativ schnell ich habe mir deswegen jetzt den hier gekauft da kommt ein spieler und deswegen rutschen wir jetzt hier hoch übrigens so ist man schneller sollte man so sagen bevor man hier auch von dem ding weggetrieben wird so ist man relativ schnell das ist ein trick von mir so und jetzt die fieldstation dass ich mehr leben habe desto mehr punkte man sammelt desto höher wird man dann so ich kaufe jetzt einfach mal was schneller als deutsch bam 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 jetzt hol ich mir das ding hier vorne ow damit ich wieder ein paar punkte bekomme dat 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 so so, seht ihr wie schnell ich jetzt regeneriere ow spastika pass auf wo du mit deinen kugeln hinschießt Ich schwöre, ich fetz den jetzt da unten weiter. Ah, guck mal, da ist ein Fieck. Nein, 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 nein. Leute, wir waren noch nicht in den Top Ten. Ja, aber er war schon weiterentwickelter als ich. Er hat die Weiterentwicklung davon gehabt. Wir werden jetzt erstmal hier wegruschen und uns direkt den hier kaufen und erstmal hier ein bisschen Schaden bauen. Wir sind an der Scheißstelle gespawnt. Dann werden wir den hier kaufen. So, das Ding können wir eigentlich nicht anfeuern, weil es sehr viel Schaden macht. Das ist jetzt ein sehr starker Spieler, sag ich jetzt mal so. Deswegen halte ich mich von dem erstmal fern. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, warum geht der nicht drauf, wer hat das Schiss? Ihr habt ja gesehen, wie schnell er sich gerade geheilt hat. Und das ist eine sehr, sehr starke Sache, sich so schnell heilen zu können. Das da ist kein Sniper, aber es leckt ein bisschen. Das hier ist kein Snipertyp. Aber ich kann jetzt auch nicht aufhören mit der Runde, um zu gucken, wie weit wir sind. Deswegen, wenn die Runde abbricht, ist es ja nicht so schlimm. Ja, noch eine Minute auf jeden Fall. Wir werden jetzt hier so ein bisschen langkuschen. Und wir sind da. Leute, ich gucke schnell, wie weit wir sind. Wir haben noch drei Minuten. Ich werde die Runde jetzt hier beenden, weil noch eine Runde können wir nicht spielen. So, Leute. Ja. So, Leute. Wie gesagt, lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Das war ja mal was anderes als Minecraft. Ich werde die Runde auch jetzt sofort hochladen. Wir haben noch den 18. Das war mal was anderes als Minecraft. Die Bio. Und wie gesagt, ich bin nicht der Profi da drin. Man muss auch echt gucken, auf wie weit man kommt und so. Weil, naja. Man muss seine Taktiken da hinhauen. So, Leute. Wie gesagt, falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. War mal was anderes als Minecraft. Ich werde auf die Tage noch wahrscheinlich gerade das Strike aufnehmen. Oder noch mehr andere Spiele, die ich vielleicht cool finde. Und deswegen werden wir uns verabschieden. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Abonniert mich. Zeigt diesen Kanal euren Freunden, Familie, Bekannte. Und, ähm... Ja. Ne? Dann sehen wir uns morgen. Wahrscheinlich beim nächsten Video. Haut rein. Und tschüss. Tschüss.